Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video will ich zunächst einmal das Suchmaschinenmarketing einbetten in den Gesamtkontext des digitalen Marketings. Gut ist hierfür immer die Kaufentscheidungsphasen vor Auge zu haben, nämlich die Vorkaufphase, die Kaufphase und die Nachkaufphase. Und beim Suchmaschinenmarketing bewegen wir uns in der Regel oder vorwiegend in der Vorkaufphase. Bedeutet auch, wenn ich mir anschaue, welche unterschiedlichen Medien ich habe, kann ich das einteilen in Paid, Owned und Earned Media. Und die Paid, also das bezahlte Medienformat, das ist das, was wir beim Suchmaschinenmarketing mit AdWords machen. Also ich spreche hier insbesondere Fremde an, bei der Owned Media, dann insbesondere diejenigen, die auf meiner Website sind oder schon waren. Und bei der Earned Media sind wir insbesondere im Bereich Social Media Marketing. Man kann von diesem Modell ableiten auf vier Grundsäulen des digitalen Marketingmanagements, nämlich das Suchmaschinenmarketing, das ist das, was in diesem Kurs vornehmlich Thema sein wird, die User Experience, also alles das, was Nutzerzentrierung auf der Website angeht, Social Media Marketing und dann das Mobile Marketing, was eigentlich über die drei vorher genannten Bereiche, wie so eine zusätzliche Schicht, oben drüber liegt. Und wie gesagt, wir bewegen uns in dem ersten Bereich, also in dem Suchmaschinenmarketing.